Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Angie White. Ein Blick auf die Sichtung, 12. Juli Und ich sage in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns, Wahrlich, zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israel. Hesekiel 38, Vers 19 Ich sah, wie einige mit starkem Glauben und mit Schreien aus tiefer seelischer Not mit Gott rangen. Ihre Gesichter waren blass und von tiefer Angst gekennzeichnet, Ausdruck ihrer inneren Kämpfe. Gleichzeitig drückten sich in ihrem Gesicht Entschlossenheit und großer Ernst aus, und große Schweißtropfen fielen ihnen von der Stirn. Böse Engel hatten sich um sie gedrängt, sie mit Finsternis bedrängt, damit sie Jesus aus den Augen verlieren und ihr Blick auf die Finsternis gelenkt würde, die sie umgab. Dadurch wurden sie dazu gebracht, Gott zu misstrauen und gegen ihn zu mohren. Ihre einzige Sicherheit bestand darin, ihre Augen nach oben gerichtet zu halten. Gottes Engel betreuten sein Volk, und als die giftige Atmosphäre der bösen Engel diese geängstigten Menschen bedrängte, bewegten die himmlischen Engel ständig ihre Flügel, um die dichte Finsternis zu zerstreuen. Während die Betenden mit ihrem ernsten Rufen fortfuhren, kam ab und zu ein Lichtstrahl von Jesus zu ihnen, um ihre Herzen zu ermutigen und ihre Gesichter aufzuhellen. Ich sah einige, die sich an diesem Ringen und Flehen nicht beteiligten. Sie wirkten gleichgültig und nachlässig. Die Engel Gottes kamen den Ernstbetenden zu Hilfe, aber seine Engel verließen die anderen, die sich nicht darum bemühten, sich selbst zu helfen, und ich verlor sie aus den Augen. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich gesehen hatte. Mir wurde gezeigt, dass sie durch das offene Zeugnis verursacht würde, das der Rat des treuen Zeugen an die Laodiziergemeinde hervorrief. Dann wurde meine Aufmerksamkeit auf die Gruppe gelenkt, die ich gesehen hatte und die so stark erschüttert wurde. Die Anzahl der Schutzengel hatte sich um sie her verdoppelt und sie waren von Kopf bis Fuß in einen Panzer gekleidet. Ich hörte diese gepanzerten und mit großer Kraft die Wahrheit verkünden. Und das tat seine Wirkung. Ich fragte, was diesen großen Wandel verursacht hätte. Ein Engel antwortete, der Spätregen ist es, die Erquickung vom Angesicht des Herrn, der laute Ruf des dritten Engels. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Einheit und Trennung während des lauten Rufes. Am 13. Juli 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 Am 13. Juli